Ja, eben ist er durch drei durchgekommen. Gleich wieder versucht, Baumjohan für Idrisou, Mo Idrisou, vorbei er kasselt, und da ist der Anschluss. Die Hoffnung legt wieder in der Pfalz. Mohamedou Idrisou mit dem Anschlusstreffer, nur noch 2 zu 1. Löwe kämpft den Ball, Baumjohan von 2 bedrängt, mit dem Klasse-Pass. Und Idrisou vorbei am jungen Belgier. Und rein ins Glück für alle FCK-Fans. Die beiden Hoffnungsträger im Duett.